Gott, meine Lieben, ich weiß noch nicht mal, wo ich den Schlüssel reinmachen soll. Es ist ein Automatik Audi A4 und der sieht so schön aus. Es ist so viel Platz. Also zumindest hier vorne. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding starten soll. Hey, Baby, I love it. Okay, dann fahre ich mal den Indy hinterher. Die Fahrt war echt cool. Macht richtig viel Spaß mit dem Auto. So, ich schneide jetzt ganz schnell ein Video, damit ich heute meine Haare auch noch gleich machen kann. Und heute mit den Kindern dann unterwegs sein kann. Ich habe hier ein Oxidationsmittel von Vela. Es ist diese Free Lights, weil ich mir gedacht habe, ich benutze das, damit es nicht so aufquillt. Ich habe es online bestellt. Da sind die Preise am besten. Weil das hier kostet normalerweise wirklich 50 Euro oder sogar mehr. Und online war es mir immer noch teuer. Aber da ich halt nicht zum Friseur gehe, ist es immer noch viel, viel günstiger als ein Friseurbesuch. Und hier habe ich dafür bezahlt 28 Euro. So, das Ergebnis. Ich bin ziemlich begeistert. Es ist natürlich etwas gelb, aber nicht so wie sonst. Ja, jetzt mache ich Koldes Ton von Vela. Perfekt. Die Farbe, die ich schon mal drauf hatte, wo ich so lila in der Haare hatte. 12,96 Euro. Die finde ich ziemlich cool. Mache auch viel rein. Ich werde zum Anfang auf den Ansatz gehen, weil er dann minimal gelber ist. Und dann in die Länge und Extensions. Ja, die saugen unheimlich viel auf. Deshalb werde ich ziemlich viel machen. Ich habe auch vorsichtshalber, weil ich nicht weiß, wie viel ich benötige, zwei Stück geholt. Und die macht man auch wieder mit einem Teil davon und zwei Teile von dem hier. Hier habe ich auch nur 1,9. Das reicht vollkommen aus. Die Patrizia hat sich die Haare gefärbt, macht sich fertig für ihren Event, da wo sie eingeladen ist. Ich wäre normalerweise mit, aber ich gehe nicht mit, weil wir niemanden gefunden haben, der auf die Kinder aufpassen kann. Dann let's go. Mal sehen, wie das Auto sich fährt. Habe ich Reportage darüber gesehen. Jo, was für ein Display. Cool. Ja, ist schon schön. Neu ist anders. Cool. Da bin ich wieder. Meine Lieben, ich musste mit den Tiefenreinigungs-Shampoo drüber gehen. Die Haare sind doch ganz schön nieder geworden. Ich bin mir jetzt aber auch sicher zu wissen, weshalb es so ist. Das werde ich aber auf meinem Beauty-Kanal dann euch erzählen. Ich bin trotzdem ziemlich zufrieden, musste mich aber ein bisschen schminken, weil diese Farbe macht einen sehr omerlich. Ich versuche es morgen noch mal ein bisschen zu... Ich sollte mir vielleicht wieder Lippen drauf schminken. Ich versuche es morgen auf jeden Fall noch mal mit dem Tiefenreinigungs-Shampoo. Aber erst mal brauche ich Lippen. So, mein Lieben, Jenny ist abgeholt. Johnny, alles gut? Ja, er hat noch geschlafen, als ich ihn geholt habe. Jetzt gehen wir mal Burger essen. Komm, gehen wir rein. Essen wir was. Mittagspause. Jenny, hier ist das Auto. Komm, da. Ja, komm. Nimm deinen Drink. Komm. Warte, Jenny. Willst du nicht? Nein, 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 nein. Du musst dich anschlagen. Nein, 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 nein. Nein, sonst kommt die Polizei. Und nimmt Johnny mit. Nein, 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 nein. Machen wir weiter, Johnny. Ich habe gefragt, ob die einen Laden für mich haben. Er hat mir einen Laden genannt, wo ich bereits gestern schon im Gespräch da war. Aber die Abstandssumme für mich leider zu hoch ist. Der Laden läuft auch überhaupt nicht. Macht keine Umsätze, sodass man sagen kann, ich bezahle was, habe aber eine Gegenleistung. Sprich, ich mache vielleicht keine Shisha-Berner raus. Ich könnte erst mit dem Konzept, was besteht, Geld verdienen, kann ich nicht, weil es überhaupt nicht läuft. Das heißt, die Suche geht weiter. Gell, Johnny? So, mein Lieben, ich bin jetzt im Stadtmitte, Saturnparkplatz, C und A, sind einige Einsatzhäuser hier. Oh, ich kann sich auf ein Auto stellen, ein Auto ist voller Regeln, nass. Ich nehme jetzt Jenny mit, Patrizia vom Café, wie gesagt. Entschuldigung. So, dann wird hoffentlich was gegessen. Ich habe so einen Hunger. Johnny? Und, passt das noch? Na ja. Papa muss ein bisschen vorfahren, ja? Ja. Aber, nehmen wir deinen Geschwistern was zum Trinken mit, okay? Warte, Johnny. So, bleib hier stehen, komm. Vorsicht, warte, Johnny. Hier kommen Autos. Nein, Johnny, warte. Komm, komm zu Baba. Wir gehen zu Mama, komm. Komm her. So, bleib da stehen, bleib da stehen. Ich nehme nur was zum Trinken für deine Geschwister mit. Mama! Oh! Guck mal, Jens! Johnny, du hast Augen. Und wo ist Mama? Mama. Oh, wie süß. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Und, wie fährt dich das Auto? Sehr gut. Die Haare sehen toll aus. Lass die so, erst mal. Yes. Mama! Fack die, die sei mal. Die hat auch. Das willst du haben? Das kriegst du zu deinem Geburtstag. Alles klar, Matschus. Zähl ihn weiter, Schatz. Nein, 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 weiter. Und den? Ja, ja, ja. Genug geguckt. So, dann gehen wir erst mal das Glatt abgeben, weil es ist schon fast ein Monat. Das ist schon mal her, wo ich das gekauft habe. Einmal haben wir das Ganze abgebrochen. Edi hat sich da eine Hose gekauft und hatte kein Geld und ich musste mit der EC-Karte bezahlen und ja, war dann bei ihm geblieben. Und wir hatten keine Zeit mehr, das Glatt zu bezeugen. Du bist Maris? Oh, Mann. Die Patrizia kann nichts essen. Ich habe schnell alles gegessen, jetzt löse ich sie mal ab. Die Pat? Na, Schatz? Du bist ja nur noch Fleisch und Knochen. Fleisch und Knochen, Haut und Knochen. Ja. Du bist ja nur noch Haut und Knochen, da hast ja nichts mehr drauf. Ja, wenn ich nur einen halben Lama-Jun bekomme. Und Celine und die Dings streiten sich über... Was siehst du da, Gianni? Gianni, du weißt schon, dass das deine Mama meine Frau ist. Ja, und du darfst trotzdem fummeln. Das ist schon eine verkehrte Welt. Gianni, reicht jetzt. Ich meine, das ist auch noch ein Kerl, ja? Papa, wo gehen wir jetzt hin? Mama will sich Valentinos kaufen. Wer ist das? Wir gehen jetzt... Keine Ahnung, wohin. Schuhe für Mama kaufen. Schuhe für Mama kaufen. Mit Gianni hält es beim Essen. Manche hier gibt es vielleicht auch schöne Schuhe. Ja? Selin, mach langsam, Schatz. Er ist noch klein. Selin, Schatz. Lass ihn das machen, er ist noch klein, Schatz. Mama, warte da. Mama! Ja! Du bist nass. Ich bin nass. Guck mal. Schau. So hat uns dein Vater. Ja! Mama, er kriegt jetzt nass. Okay, der kommt in den Sapir. Ich bin nass zu. Ich bin nass zu, wenn ich ihm verrät hinzu. Ich bin nass. Amen. Ja! oh mein Gott ich war einkaufen mit allen vier Kindern das war laut ich war voll begeistert das Kleid was ich anziehen wollte wofür ich auch versucht habe mein Body in Schuss zu bekommen passt nicht also es passt schon aber es sieht oben nicht so gut aus ich habe mich entschieden ein schwarzes anzuziehen und das was ich gesponsert bekommen habe damals von der Seite aber was soll ich machen alles andere passt nicht ihr seht zum Beispiel diese Haarfarbe mit diesem Kleid harmoniert überhaupt nicht dann hatte ich nicht mehr so viel Auswahl und lande wahrscheinlich bei dem einen schwarzen Kleid es hat den gleichen Stoffe wie das rosa der Idee ist jetzt auch auf dem Weg weil ich eigentlich total müde bin ich habe noch nichts gepackt ich habe noch kein Video geschnitten ich wollte jetzt längst an dem PC sitzen und Video schneiden damit das morgen automatisch online kommt weil es ist keine Patrizia da die es schneidet sonst also der Jenny hört nicht auf mit seiner Zerstörung der hat jetzt die halbe Tube ausgeleert wir haben gerade mit Patrizia alles hier gewaschen sauber gemacht getrocknet Emma wo warst du? Mama war noch am PC gewesen ja braucht man nicht Johnny warte Mama hat das vorne auf den Beinen meine Lieben ich gehe jetzt schlafen bis morgen wir müssten anfangen wir müssten anfangen vielleicht uns fertig zu machen aber wenn wir wenn wir da mitmachen dann brauchen wir nicht so viel mehr weil wir finden ihn schon voll schön ja das riecht besser als das wie siehst du aus? du bist jetzt müde so wir sind wieder da Mama da gehts nicht auf das kaputt